Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Luzern. Ich heisse Bettina Bucher, bin 25, komme aus Hitzkirch, Kanton Luzern und bin angehende Treuhänderin. Ich schiesse seit ich acht Jahre alt bin. Jetzt bin ich Schützin im Nationalkader und seit letztem August bin ich Weltmeisterin im 300m Liegen zu schiessen und habe dort den Weltrekord egalisiert. Um an den Weltspitzen mitschiessen, braucht es sehr grossen Trainingsaufwand. Ich schiesse im Schnitt 15 Std. in der Woche, arbeite aber trotzdem 100% und bin noch in einer Weiterbildung. Im internationalen Vergleich ist das sehr wenig. Viele Schützen trainieren 100%, weil sie vom Staat angestellt sind. Ich gehe viel joggen, damit ich eine gute Kondition, Ausdauer, aber auch Stabilität habe, nachher für stehen zu schiessen. Dank dem WM-Titel habe ich das ja den Luzern-Sportpreis bekommen. Das ist eine grosse Anerkennung für mich, für den ganzen bisherigen Aufwand, auch finanziell, den ich hatte. Dieser Preis wurde auch von Swislos unterstützt. Die Lotto-Zug. Die Lotto-Zug.